Alte Handschriften aus dem Mittelalter, Schriftzeugnisse der Zeit vor Erfindung des Buchdrucks. Die Medievistin Henrike Lenemann erschließt Studierenden die Entstehung solcher Schriften. Es ist im Grunde ein Ansatz aus der Grundschuldidaktik, lesen lernen, überschreiben lernen. So werden wir also versuchen, mittelalterliche deutsche Texte aus den Handschriften lesen zu lernen, indem jeder der Studierenden sich seine eigene Handschrift herstellt. Zum Schreiben muss man zunächst eine Feder herrichten und zuspitzen. Pergament oder Papier vernäht man zu einem Büchlein. Papier war im Mittelalter holzfrei. Man schrieb auf sogenanntes Büttenpapier. Aus Baumwoll, Hanf oder Leinenfasern gefertigt war es von überragender Haltbarkeit. Für Konservatoren ist es viel problematischer, Texte aus dem 19. Jahrhundert oder Zeitungen des 20. Jahrhunderts zu konservieren, als Drucke, die im 15. oder 16. Jahrhundert entstanden sind oder Handschriften auf Papier. Die haben eine viel längere Halbwertzeit als holzbasiertes Zeitungspapier von 2010. Die Universitätsbibliothek in Freiburg hat aus einer Privatsammlung viele alte Handschriften erworben. Henrike Lenemann interessieren vor allem religiöse Texte für unterschiedliche Einsatzzwecke. Hier auf dem Bild sieht man mal einmal nebeneinander etwas, was ein Foliant ist und etwas, was eine Miniaturhandschrift ist, ein Handwestentaschenformat sozusagen. Das zeigt, welche Bandbreite auch von Benutzungsformen, Handschriften abdeckten, von dem Exemplar, was man mit sich trug, bis zu dem, was dann aufgeschlagen auf dem Pult lag, um daraus beim Gottesdienst vorzutragen, haben wir alle Exemplare auch in der Universitätsbibliothek in Freiburg vertreten. Betrachtet man die alten Büchlein genauer, dann findet man Hinweise auf ihren Gebrauch. An manchen Stellen ist das Papier abgegriffen. Dort wurde vermutlich häufiger gelesen. Handschriften waren jahrtausendelang das einzige Medium, Informationen unverändert weitergeben zu können. Als die Medienwelt sich veränderte, behielten sie ihre Wichtigkeit, wenn auch auf andere Weise. Gerade nachdem der Buchdruck als alternatives Textüberlieferungsmittel vorhanden war, wird Handschrift etwas, ein persönlicher Akt, so wie man einen Trauerbrief heutzutage auch immer noch per Hand schreibt, weil das nichts ist, was man im Computer verschickt, so wird im späten 15. Jahrhundert eine Handschrift schreiben, ein Akt der persönlichen Frömmigkeit. Oder der persönlichen Aneignung des Textes. Das Seminar hat heute sehr viel Spaß gemacht. Es war auch sehr interessant, sich mal mit Originalen auseinanderzusetzen, weil man das bei Kopien oder im Internet nicht ganz so gut nachvollziehen kann, besonders wenn es halt ums Material geht. Wir haben dann noch ein paar Informationen, das ist ja außerhalb des Textes. Drive. Dat war auch sehr schön. Vielen Dank.